Musik Hallo zusammen, ihr kennt uns so langsam, das ist Bernd Und ihr glaubt es kaum, das ist Simon Und heute zeigen wir euch nochmal ein paar weitere Chigis Allerdings diesmal ein paar Exoten, die ihr z.B. im Ebuterion gerade die höheren Gürtel gerade einbringen können Um mal was zu zeigen, was vielleicht nicht jeder in der Prüfung zeigt Bernd fängt an Ja, kommen wir als allererstes mal zu einer Technik, die bezeichnet die Schnabelhand Im koreanischen Modum Songgoit ist etwas, was wir aus unseren Pumse nicht kennen Aber es gibt alte Biongs und alte Formen, da kommt das durchaus einmal bei den höheren Schwarzgutformen vor Und zwar ausgeführt, d.h. wir bringen unsere Finger zu einer Spitze zusammen wie ein Schnabel Und diese Technik geht z.B. oben zur Schläfe hin Als Chigi, als Schlagtechnik mit den Fingerspitzen Ok, kommen wir zur Seitentechnik Gut, ich möchte euch gerne den Gomson-Chigi zeigen, auch bekannt als Bärenhand oder vielleicht auch nicht so bekannt Deswegen zeige ich euch die jetzt Bei der Bärenhand beigt ihr die Faust ganz normal zusammen, ihr trefft jetzt aber mit dem inneren Teil der Faust Das wäre Gomson-Chigi Ok, kommen wir zur nächsten Technik Gubin Son-Mok, die gebeugte oder das gebeugte Handgelenk Das heißt, wenn wir das mal zeigen, meinen wir damit diese Technik Das heißt, wir schlagen Hier auch wieder eine halbrunde Bewegung, wie es üblich ist für den Chigi Das hier oder nach da Gubin Son-Mok, das gebeugte Handgelenk Und von mir zum Abschluss noch was ganz ähnliches, nämlich den Son-Doing-Chigi Ist sowas wie eine Abwandlung vom euch schon bekannten Ulgul-Dumok-Ab-Chigi Jetzt aber mit einer offenen Hand ausgeführt Das ist der Son-Doing-Chigi Gut, das war es von uns, euer Bernd Und der Simon Tschüss Ciao Wenn ihr das Video gefallen hat, suche uns auf www.btf-ev.de Auf Wiedersehen am nächsten dritten